Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du siehst aus wie der Erste war krankvoller Geisterwahl, weißt du das? Also, weißt du, dein Gesicht haben eine Briefmarke und die Post macht pleite. Weißt du, die sieht aus wie ein Fesselballon, wo die Luft raus ist, so faltig, aber. Nee, weißt du. Also ein Gesicht wie ein Feuermelder, du kriegst ihn zum Einschlagen. Oh, weißt du, dein Gesicht vor das Kellerfenster und die Ratten machen einen Umweg. Sag mal, wer bist du denn eigentlich? Ich bin dein Chef. Eigentlich sehen sie ja gar nicht so schlimm aus. Oh, no.